Sie denken, Ihre Welt wäre sicher. Das ist eine Illusion. Genießen Sie diese letzten Momente des Friedens. Von den Ereignissen in London wissen die meisten schon. Der Mann, der das getan hat, war einer unserer besten Agenten. Ihre Kommande haben ein Verbrechen begangen, das ich nicht verzeihen kann. Keiner von Ihnen ist sicher. Alle raus! Habe ich jetzt Ihre Aufmerksamkeit? Das ist vielleicht nur der Anfang. Ich will ihn zur Strecke bringen. Bei der Sternenflotte geht es nicht um Rache. Vielleicht sollte es das aber, Sir. Jim, du willst ihm doch nicht wirklich hinterher. Oder? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nur, was ich machen kann. Wir müssen uns beeilen! Wir passen nicht durch. Das passt! Das passt! Das hat doch locker gepasst. Ich glaube nicht, dass man das so nennen kann. Ich habe gesehen, wie Sie unschuldige Menschen ermordet haben. Für das, was Sie getan haben, werden Sie bezahlen. Sie haben keine Ahnung, was Sie getan haben. Schon bald schreite ich über Ihre kalten Kadaver. Na los! Wir sind unterlegen. In jeder Hinsicht. Wir schießen uns den Weg frei. Ich bin besser. In was? In allem. Wir sind unterlegen. Die Bahn Motorsvenern可以 sitzen. Wir sind unterlegen. Wir sind unterlegen. Untertitelung des ZDF, 2020